Da Sexuelle von der Szenen zwischen Donald Trump und mir nicht mehr fern sind, würde ich sagen, ich spielte ein Spiel um knapp 0 Uhr morgens bei The Omen, die ich nicht aufnehmen konnte. Das All-Nut war zu laut. Und jetzt bin ich hier gelandet. Meins kommt ran. Meins. Sag ich doch. Fuck off. Ich bin so tap, tap, tap. Du hast meine Waffe weggepübelt. Mit Vergnügen. Das war's mit der Antwort. Nein, 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 nein. Bring back M.A.C. Geh weg, die Waffe weg. Ähm. Der Amir ist ein Salze mit Minus-Ein-Kill. Na, shut up. Ich kann das. Ich kann das. Oh Gott. Nö. Wow. Say GG. Nö. Ich bin mal Thatch. Ich weiß nicht, was er kann, aber er sieht zicky aus. So was kann ich. Ich glaube, ich kann bomben und so. Ich bin... Ich bin ein islamischer Pirat. Das ist es. Jau. Der war mit mein Bart. What? Der war mit mein Bart. Ich bin... Fuck. No, no. No, no, no. Alter, was steht da da rum? How to stop the train in GTA 5. He needs some milk. Fass. Es soll ja fair bleiben. Ich nehme Sombra. Das hatte ich gerade vor, eigentlich. Ich bin das Sonnenkind, Digga. Fuck off. Mann. Nein. Verpiss dich. Tigerstreck. Crying Eagle. So. Oh. Jetzt fühl ich mich cool. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. What? Oh, fuck. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Okay. Dark Souls 1. Was? oh no 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 oh oh ah 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 Was? Das war's für heute.